Wunderbar. Wie komme ich da jetzt hin? Mit dem Brunnen oder was? Wie komme ich jetzt heim? Achso, der hat ihn übernommen. Ich dachte gerade schon, es wäre irgendwie, hätte er sich aufgehangen. Ah, mit dem Brunnen, okay. So, dann ist das abgeschlossen und wir dürfen ins Nest. Sehr schön. Und die Nester, die sehen halt, also, ach nee, das war auch in, das war auch in, ähm, Odyssee, wo das hier so schön aussah. Mua, mua, mua. Mua, mua. Mua, mua. Eieieieieieieiei. Wuh, rollen. Jetzt hoch. Das hatte ich noch im Kopf. Dass da was zum Fallen war. Das war nicht so gut. Okay. One more time. Ich glaube, rollen ist immer eine sehr gute. Äh, nicht töten. Wiederhol dich wieder. Ich weiß nicht, wie das mit der Erholung geregelt ist. Also irgendwo, wo ich eben gehangen habe, kann ich ein Quicksafe machen. Das war da, wo, genau, rollen und dann direkt springen. Da kann ich ein Quicksafe machen, weil die nicht mitkommen. So, nochmal. Hier nicht. Hier im nächsten Screen war das, glaube ich. Ich bin zu... Ich bin zu... Oh, Mann. Ich kann eigentlich auch... Ich mache ein Quicksafe bei diesem Hänge-Ding. Da muss ich nur meinen Reflexen sagen. Lass dich hängen, Julia. Du bist super da. Dir kann nichts passieren. Und, ähm... Dann, wo man mit dem Brunnen nach unten kommt. So. Ach, komm. Oh. So. Alles gut, Julia. Natürlich werde ich es jetzt direkt auf Anhieb schaffen. Ich kenne mich. Quicksalfe habe ich gemacht, ne? So, sehr schön. Puh. Da hat man auch was blitzen sehen. Ja, ja. Ich weiß das. Hier im Vordergrund sieht man übrigens auch wieder, ähm, Skelette von Budakens, schätze ich mal. Und es sieht auch wieder sehr nach Bergwerk aus. Vor allem, weil dieses Metallgerüst da ist und halt allgemein... Es sieht halt irgendwie ein bisschen basaltmäßig irgendwie aus, diese Dinger. Also es geht wieder Richtung Bergwerk. Hey, du bist durchgekommen. Jungs, äh, Freaks, oder was sonst ihr seid. Ist euch klar, dass die Glackens eure Knochen dazu benutzen, um Soulstormbrühe zu brauen? Das war ja nicht, der Schild auszukriegen. Jetzt sag schon, was du dagegen tun willst. Wieso gerade ich? Du warst unser Held auf Ratchet Farms. Nur du kannst die Seele in der Brauerei klein kriegen. Ihr schickt mich tatsächlich in diese Soulstormbrauerei? Danke, mir langt. Hör zu, wir werden da geschehen, wenn wir versetzen. Ja, spirituelle Potenz. Ja! Seid ihr da? Ja! Ich hatte das schon öfter erlebt. Ja, als man mich mit diesen Kräften zur Rupture Farms schickte. Oder als sich die Kreaturen von Oddworld so zu sehen bekamen, wie sie früher einmal waren, bevor wir sie zu leckeren Häppchen verarbeitet haben. Wir hatten unsere Vergangenheit vergessen. Und das sollte uns nun unsere Zukunft kosten. Und vielleicht auch unsere Seelen. Komm näher ran! Neu und verbessert! Was ist das? Nicht nachdenken! Trinken! Ähm, äh... Hey, nun mach schon! Schluck's runter! Okay. Zuerst verteilten die Glackens ihre Brühe gratis. Brrrr, lecker! Aber sobald die Bodarke zu trinken begannen, konnten sie nicht mehr aufhören. Die Glackens versprachen ihnen, wenn sie arbeiten würden, jede Menge Brühe. Soviel sie nur wollten. Ist das klarer? Hä? Sie sind drauf reingefallen. Komm noch mehr! Oh! Ich liebe diesen Job! Hehehehe! Und jetzt wollen die drei unheimlichen Modarkens, dass ich die Brauerei zerstöre. Aber zuerst muss ich meine Leute da rausholen. Und ich hatte die Kraft bekommen, an Brühe erkrankte Modarkens zu heilen. Yay! Wir sind kurz vor dem CD-Wechsel. Äh, dann Quick-Safe machen. Wir... Oh, war das jetzt gut? Kommen wir zurück? Ja, okay. Wir lesen nochmal, was hier auf der Hand steht. Denk dran, ey! Wir ratlose Modarkengeister sehen uns nach Frieden und Ruhe für unsere Knochen. Sehnen. Ich hab Sehen gesagt. Ähm, als erste Aufgabe musst du die Geister deiner Vorfahren von ihren Qualen befreien. Dann helfen wir dir, deine Freunde zu heilen. Und das haben wir geschafft. Und, äh... Jetzt dürfen... Ups. Dürfen wir... Hier ins Bergwerk zurück, genau. Die alle... Oh... Hier sind alle betrunken. Wir würden die alle erstmal pupsen und jetzt sind die alle wieder hellwach. Okay, okay, okay. So. Dann kommt ihr mal mit. Wo ist denn... Was ist das hier? Achso, ich muss ja... Bin ja auch doof, ne? Deine Modarkenfreunde sind an der Brühe erkrankt. Du musst die Aufgaben der Modarkengeister erfüllen, um sie zu heilen. Kehre hierher zurück, nachdem du in den Grabstätten der Modanschi und der Modomo warst. Haben wir ja gemacht. Deswegen sind wir ja jetzt hier, ne? So. Ihr sollt nicht alle an einem stehen. Ihr alle. Jo, jo, jo. Mitkommen. Okay, 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 okay. Mitkommen. Okay, okay, okay. Oh, bitte. Seid ihr alle total behindert? Entschuldigung, dass ich jetzt so sagen muss. Okay, okay, okay. So. Sehr schön. Darf ich euch jetzt noch retten? Ja. Das wäre es ja, wenn wir die vergessen hätten, ey. So. Wir machen einen Speicherkarten-Memory-Card-Safe auf Julle. Verschreiben. Julle ist fertig. Ja. Denn jetzt kommt nämlich der CD-Wechsel und es wäre sehr blöd, wenn ich das dann nochmal... Also wenn das nicht funktioniert, der CD-Wechsel. Deswegen habe ich jetzt den Safe gemacht. Ich werde jetzt kurz etwas trinken. So. Dann. Das hat mir damals nicht gefallen. Kann ich so schon mal sagen. Wenn wir jetzt in den Brunnen reinspringen, gehen diese... Die Räder von den Dingern da weg. Und das Dunkle, das... Also dieses Bild dann irgendwie, das hat mir irgendwie ein bisschen Angst immer gemacht. Und dann diese Schrift. Aber ihr werdet es ja jetzt selbst sehen. Das hat mir nicht gefallen, weil es so dunkel ist irgendwie. So. Bitte CD 2 einlegen. Dabei ist ganz wichtig... Ähm... Dass die Place dabei anbleiben muss. Also man macht einfach nur den Deckel auf. Holt die eine CD raus. Und tut die andere CD rein. Und dieses Knattern, was ihr gehört habt, das war mein... Der Knopf fürs Öffnen. Der ist mal irgendwie ein bisschen... Bleibt der hängen. Und da muss man da ein bisschen drauf rumhämmern. Damit der wieder hochkommt. Sekunde mal. Ich hasse diesen heilenden Kerl. Moloch wird uns zum Männer machen. Zuerst Rupture Farms und jetzt Necromind. Wir sollten ihm aus dem Weg gehen. Wo seht ihr eigentlich die Probleme? Ich erkenne eher das Positive. Das ist meine, äh... Unsere Chance, ganz groß zu werden. Halt die Schnauze, Herr Slick. Du hast hier gar nichts zu reden. Geschätzte Herren Kollegen. Wir können den Kuchen doch ganz friedlich unter uns aufteilen. Unsinn. Wir sitzen alle drei ganz schön in der Tinte. Was wollen wir dagegen machen, hä? Was? Ah, nur keine Panik. Natürlich nicht, du Idiot. Wir werden uns so verbarrikadieren, dass man schon unsichtbar sein müsste, um hier einzudringen. Das ist ein Schnauze, Herr Slick. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir machen jetzt nochmal ein Memory Card Speicher-Dings, weil wir den CD-Wechsel überstanden haben ohne irgendwelche Probleme. Ich will halt nur auf Nummer sicher gehen, ne? Das müsste mir jetzt mal verzeihen, so. Und das Wunderschöne ist auch, wie in Apes Odyssey, wie in der CD Nummer 1 von Apes Exodus und jetzt auf der CD 2 von Apes Exodus, ist direkt im ersten Screen ein Geheimnis. Das ist nämlich, wenn wir hier unten lang rollen, kommen wir direkt da hin. Und ich glaube, das ist auch genau wie bei den anderen Spielen richtig beschissenes Geheimnis. Dann mach ich schon mal ein Quicks. Ah, nix. Ah, nix. Komm, geh weg. Das war gut. Drei Stück. Jetzt können wir hier mal gucken. Arbeiter im Depot, 26 Arbeiter auf Gleis. Drei Stück. Entflohene, 104 haben wir. Das kann ich mir mal merken. Oop!